Die Marine! Wo kommen die denn auf einmal her? Leute, haltet euch fest! Land in Sicht! Das wird eine Bruchlandung! Sieht ganz nach einem Marktplatz aus. Endlich können wir wieder mal shoppen gehen. Ich hätte gern mehr Auswahl, aber unsere Handwerker sind zurzeit nicht auf der Insel. Im Moment arbeiten sie alle für die Marine. Um uns auf lange Sicht vor der Bedrohung durch die Piraten zu schützen, schlage ich vor, eine Kanone von gewaltiger Schlagkraft zu bauen. Was haltet ihr von der Power meiner Josephine? Und Feuer! Boah, er zielt auf Hand Island! Die Kanone muss zerstört werden. Wer von euch hilft mir dabei? Also, fangen wir an! Das ist die Chance! Meine Gnade! Dieser verfluchte Strohhut!